So, da bin ich wieder bei Murder It. So Suspect. Ich glaube, meine letzte Aufnahme mit diesem Mikrofon. Weil morgen, übermorgen müsste mein Mischpult angekommen, dass ich dann endlich mein neues Mikrofon verwenden kann. Wie schön ein Großmembran-Mikrofon, wie ich es damals hatte. Mein altes ist ja noch ungeknallt. Ich habe eigentlich gehofft, dass es heute angekommen ist. Leider hat Thoman das gestern zwar schon versteckt, aber durch den heftigen Unwitter war es passiert. Ja, es sind ein paar Straßen überflutet und ganz krank. DAL hat dann so ein paar Schwierigkeiten momentan mit den Lieferungen. Okay, soll uns nicht stören. Nächstes Problem, was ich hatte, ich hätte richtig kotzen können. Als ich die Aufnahme gestartet hatte, ich spiele einfach mal nebenbei weiter. Haben wir denn hier schönes Entfüllen? Mein Leben überdenken. Der Tag, an dem alles für mich starb. Was? Okay. Ja. Ich hatte das Problem. Ich habe das Spiel gestartet. Und wo starte ich? Da, wo wir gerade gestorben sind und den kleinen Jungen hinterherlaufen durften. War das ein Mädchen? Ich glaube, ein Mädchen war das, ne? Da heißt, ich durfte den ganzen Kram hier im Gebäude nochmal alles neu machen. Zum Glück konnte ich die meisten Sequenzen überspringen. Und somit ging das eigentlich recht zügig. Da war jetzt, glaube ich, knapp 20, 30 Minuten irgendwie sowas. Habe ich gespielt. Dann war ich wieder hier. Ich hoffe, der speichert jetzt auch bald wieder, sodass ich nicht alles ständig neu machen muss. So, dann bluschen wir die zweimal. Sieh es ein. Baxter hat ihn gehasst. Das beruhte aber auf Gegenseitigkeit. Ronan hatte Ecken und Kanten. Aber Baxter ist auch nicht gerade ein Kuschelbär. Ja, aber... Du glaubst doch nicht, dass er... Ich meine, einen anderen Cop? Oder sonst wen? In diesem Job bin ich mit jedem Tag weniger überrascht, wozu Leute so in der Lage sind. Ja, da erfahren wir, dass Baxter auch kein unbeschriebenes Blatt ist. Das haben wir auch schon anfangs gesehen, dass er da ziemlich ein bisschen auf die Kacke haut. Ähm. Baxter habe ich eh noch nicht ins Herz geschlossen. Das scheint für mich so ein richtiges Arschloch zu sein. Würde mich auch nicht wundern, wenn es dieser Carnage... Carnage-Spieler wollte ich ja schon sagen. Carnage-Killer war woanders. Ähm. Woanders war... Genau, da war bei Amazing Spider-Man ein Carnage-Killer. Scheiße. Das Spiel kommt jetzt auch bald. Ich würde da erstmal privat selber durchzocken. Ähm. Macht zwar schon richtig Spaß, das Spiel. Habe ich aber noch nicht so wirklich dazu beruhen, das aufzunehmen. Ähm. Ich scheine hier gerade richtig zu sein. Wo soll ich hier durch? Ich hab... Nein, da kommen wir nicht rein. Da kommen wir auch nicht rein. Okay. Hier sind wir... Komplett falsch. Schade. Eine geheime Ecke, aber... Nichts zu finden. Bin ich traurig. Was ist das für eine Gestalt? Irgendein Geist? Äh. Wir sollten diesen Fall untersuchen, wieso, weshalb, warum sie ermordet wurde. Ja, ganz einfache Sache. Äh. Kam hinter raus. Ähm. Da ist hier die gute alte Dame, die beim Erst im Erdgeschoss getroffen hatten. Der Mann da, dieser, der hat ja die Glotze geguckt, äh, hat ja von Fernseher aus den Fall beobachtet, obwohl er eigentlich hätte rauskommen können auf dem Fenster. Äh, das verstehe ich nicht ganz. Ähm. Die war von der Musik, ja, ziemlich angepisst. Dadurch hat sie die umgebracht. Ihre Leiche war nicht mehr da zu finden, sondern woanders, äh, auf irgendeinem Friedhof, glaube ich, ballert. Das Mädchen wurde vom Ehepaar aus Apartment 1A ermordet, nur wegen ihrer lauten Partys. Sie haben ihre Leiche im Smithwick-Steinbruch abgeladen. Genau. Da haben wir eine Kurzfassung. Ich habe das gerade lang gelädigt. So, passt doch. So, dann gehen wir mal. Hier scheint irgendwo wieder so ein Geist rumzudackeln. Sonst würden hier diese Schleier nicht rumhängen. Da ist eine verängstigte Frau. Hilfe, können wir wahrscheinlich... Was ist hier los? Aha, da können wir wieder das untersuchen. Ich will nicht mal, wie ich hierher kam. Ja, wo kann ich mit dir helfen? Hör mal, ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich, ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleiner. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich, ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Okay. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ich erinnere mich an viele Leute und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Henset. Das ist ein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Mona Henset. Gut. Ich will jetzt noch mal kurz was sagen. Ich hatte in dem Haus noch einen Typen gefunden. Der lag in der Badewanne. War auch ein Geist. Als ich ihn fragte, was er da gemacht hat, der hatte sich die Arme aufgeschnitzt. Super Idee. Ja, der wollte eigentlich gar nicht sterben. Die Stimmen in seinem Kopf haben ihn dazu getrieben. Dann ist er traurig und sein Wasser gefahren und ist dann dadurch gestorben. So kann man natürlich auch sterben. Die Stimme im Kopf riss sich auf, riss sich auf. Klingt ein bisschen emohaft. Infos zu meinem Mörder. Zeugenbeschreibung der Augen. Hier können gesammelte Arten Fakten eingesehen werden. Kehre hierher zurück, um während der Erkundung Salems deine Sammlung zu betrachten. Zeuge sah das Gesicht des Verdächten nur kurz. Viel vom Gesicht verdeckt, aber der Verdächtige schien ein weißer Mann mit blauen Augen zu sein. Joa, gut. Das ist noch nicht viel. Das Ruderbuch kann ich hier nicht untersuchen. Hier sind Sch... Ja, ein Töne. Sieht wie eine Art Denkmal aus. Ich wette, die Leute haben mehr als nur das hier gelassen. Es zu finden könnte mir helfen, alles zusammenzufügen. Haben wir hier noch was? Kerzen. Na, hier noch was? Äh, scheint irgendwie... Ach, eine Zeitung. Das ist ihr Nachruf. Sie ist gestorben, als ihr Ruderboot kenterte und sank. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Was hat sie in einem Ruderboot gemacht? Und was haben wir hier? Nichts. Da hinten ist die Kirche. Da wollen wir auch noch nicht hin. Da ist noch was und da ist noch was. Ach, guck mal, da haben wir auch alle Hinweise auch schon. Gerahmtes Bild. Schon eine scheiß Motte hier am Umfliegen. Hoch! Okay. Ähm... Was? Wie ist die Dame am Strang gestorben? Wissen wir eigentlich eigentlich. Ähm... Gedenkstätte glaube ich auch. Nein, okay. Schade. Kerzen? Auch nicht. Okay, dann ist das... Der hier plus mein Unbekannter da. Aber den letzten... Ich brauche noch diesen letzten Hinweis. Vorher kann ich das Mysterium nicht aufdecken. Oh, das Mysterium kann ich noch nicht aufdecken. Mir fehlt der letzte Hinweis. Gut. Bleib verstecken will ich mich nicht. Häuser, Häuser, Häuser. Pluck, dann runter. Gut. Wo ist der letzte Hinweis, den ich brauche? Wo ist der? Wo? Ah. Okay, hier bin ich hier drin. Ach, da, 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 da. Ach, guck mal, der kleine Ding da. Da steht etwas. Wir werden dich sehr vermissen. Du bist eine Heldin für uns alle. Heldin für uns alle. Klingt als verdanke ihr mehr als nur einer das Leben. Hm. Oh, gut, gut. Als die Nonne Handset sank, war sie kein Opfer. Sie war eine Heldin. Sie hat viele Leute gerettet, bevor ihr Boot sank. Sie muss wissen, wie viel sie diesen Menschen bedeutet hat. Hast du was gefunden? Der Name, an den du dich erinnerst, Morne Handset, war ein Dampfer, der direkt vom Hafen Salem gesunken ist. Wenn du nicht gewesen wärst, wären eine Menge Leute gestorben. Du bist eine Helde. Wenn ich alle gerettet habe, wie... bin ich dann gestorben? Nein, nein, du hast nicht alle gerettet, aber du hast es versucht. Dein Boot ist gekentert. Ich kann nicht schwimmen. Also muss ich ertrunken sein. Tut mir leid. Nein, das braucht dir nicht leid zu tun. Dank dir fühle ich statt Angst und Trauer Stolz. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich es nie gewusst. Ich danke dir aus der Tiefe meines Herzens. Ich habe gern geholfen. Das habe ich gerade schon gesehen. Jetzt ist er endlich befreit und kann über die Brücke, über die wir noch gehen werden, oh, wenn wir es endlich mal geschafft haben, das Spiel hier durchzuspielen, werden wir dann endlich mal diese Brücke erreichen. Und ich gucke mich hier weiter an, ob ich irgendwas noch finde, hier so versteckte Hinweise sind oder sonst irgendetwas. Wie das da? Juli, Julias Gedanken. Oh. Aha. Ewige Flamme. Noch 15 mehr zum Aufdecken. Und ich habe Fünn da ganz raus nochmal durchkramt. Sonst hätte ich ja die zwei Verstecken da nicht gefunden. Und ich habe das letzte Ding immer noch nicht gefunden gehabt. Nochmal, gehen wir mal hier hoch. Was finden wir hier oben noch? Aha. Ach, noch so eine ewige Flamme. Uh, und weg. Braucht man nicht. Das ist auch gesehen. Können wir auch nicht durch. Ich bewege mich mal hier ein bisschen schneller voran. Ach guck mal, da kommen wir noch in die Gedanken. Oh, bock. Ich wünschte, Geister wären real und man könnte einfach mit ihnen reden. Ja, hallo. Ich bin ein Geist. Was geht? Geister real sein sollten. Könnte man jetzt drüber streiten. Ähm, warte mal. Hier war ich glaube ich noch nicht. Oder? Ist hier irgendwie noch was? Ne. Sieht nicht danach aus. Schade. Dann gehen wir jetzt mal des Weges weiter. Vielleicht finden wir hier noch irgendwie was. Anscheinend auch nicht. Okay. Dann haben wir glaube ich hier schon so gut wie alles aufgedeckt. Da leuchtet doch was. Da, da. Oh, hier liegen viele Hinweise gerade rum. Schön, dass man diese Leuchtung, die er gerade gemischt hat. Will ich jetzt noch mal gucken. Ja, okay. Geschichte Salems. Nein. Ich wollte nicht runterspringen. Na, komm. Ach, komm schon. Geh hoch. Ah, hier noch was. Irgend hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. Ach, ne. Hier haben die halt Foto geschossen aus dem Intro. Ach, ne. Auch nicht schlecht. Na, kommt was damit. Julias Gedanken. So, haben wir glaube ich jetzt hier alles mitgenommen. Ich denke mal schon. Dann gehen wir jetzt mal zur Flüße. Lauda to see Romeo Signore Lauda to see Romeo Wenn du wegläufst Brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Lass mich mal kurz pausieren. Alle Gebäude in der Stadt sind gesegnet. Man kann nirgendwo durchgehen. Aber wenn man gerade hier gesehen hat Man, der konnte gerade durch eine Kirchentür laufen. Eine Kirchentür, die eigentlich gesegnet sein sollte. Wie geht das? Hä? Auch wenn so ein Spalt offen war. Aber dann hätte er sich doch durch den Spalt quetschen müssen. Muss ich jetzt gerade nicht kapieren, ne. Gott, wo bist du? Musik Untertitelung des ZDF, 2020